Heute zeige ich euch den Achterknoten. Hallo, ich bin die Sarah von Jurtenland. Ich zeige euch heute, wie der Achterknoten geht. Du legst mit einem Ende die Schlaufe so, dass das Ende oben drüber geht. Dann nimmst du das Ende und machst es untenrum auf die andere Seite. Und dann gehst du durch die Schlaufe mit deinem Ende und dann ziehst du es fest. Und das war der Achterknoten. Und ihr könnt uns den Daumen hoch drücken. Und tschüss.